gut dann machen wir weiter sekunde jetzt lad ich mich mal kurz um rauffüllen wir machen jetzt nur noch eine halbe stunde also bei kontakt mission gibt gerade doppelt kohle doppelt das dauert der loch wenn ich am essen bin gerade noch hochgeladen ist auch noch so da ist gerade glaube ich auch so ein feld rein gucken markus aus der rennen morgen haben oder kommen müssen wir gucken ich muss das abklären ich weiß es noch nicht ja mal gucken so steht den tanklaster mal wieder ein tanklaster stehen ihr müsst ihr müsst immer weiter fahren dann nicht mit der tank das da stehen bleiben ich soll ja bei volkern tipp geben durch die schienen fahren einfach durch war gucken dass man das teil umdrehen müssen da hat sich eine auf seite gelegt weil er noch wie die kai dreht meistens gerade ziemlich durch du fährst hier rum und der die hause teilweise noch in den lkw die von der seite direkt mit der scheiß prius das kann gerade ja noch was anderem wieder mission die wir vorhin hatten vielleicht ist da der slip auf den letzten meter noch reingeholt hier gesundheit neun freunde das ist aggressiv guck dir so an ich bin mal ich fahre mal den lkw weg kollege ich gehe zu meinen schlössern wo habe ich meine ruhe erstens die verstehen mich dass ich auch mal mit anderen leuten noch mal zocken soll ich habe die polizei angerufen dass sie hinter dir her gehen soll jetzt sitze ich hier im tanklaster und hab die kopf an der backe halt warte mal ich kann ja da unten lang fahren sie ist ja über die schienen dann fahr ich über die schienen ja über die chinesen na fahrer mal her genug so ich frage mich zwar wo du hin willst kev du fährst komplett in die andere falsche richtung ich habe gesagt dass ich ich bin gerade wird gerade gejagt von streifenhörnchen ja ich habe die streifenhörnchen gerade hinter mir gehabt und fahr jetzt gerade durch den tunnel durch den eisenbahntunnel wieder raus kev kev hat streifenhörnchen habe ich angemeldet es wird voll in die lust ne ich habe keine mehr zum weg jetzt habe ich dass mir natürlich kein nix mehr entgegen kommt das macht meine verrückten familie ich kann hier nicht ich kann hier nicht drin drehen weil hier im eisenbahntunnel wirst du keine möglichkeit haben zu drehen jetzt wird keine chance haben gut dass wir noch ein bisschen zeit haben das kann sich in unseren stunden handeln das kam jetzt wirklich nur um stundenhandel ich muss jetzt gleich wieder raus kommen erstmal ich bin in der u-bahnstation ja du fährst auf dem klughafen zu wo das dann ein kreisel ist und dann fährst du da zurück die gleiche strecke ja ich kann nur hier wie gesagt nicht drehen in dem tunnel da ist der platz für da warum kommst du auch da unten rein weil es kann es hieß fahr über die schienen lecker torte nie passt ist das hier der nächste ist in der tunnel oder ist das hier wieder raus ne es geht hier raus ne das scheiße ist schon wieder ein tunnel schon wieder ein tunnel ne die denken bestimmt auch alter wo kommt der hkw hier drückt der wow sieht doch gut super daddy na ha ha klug da kam mir kam mir ganz so ich bin am zielort hier ich sag mal letzter bescheid dass es bei dir noch sich noch ein bisschen naja grüß der grüß den allemal von mir sind wie gesagt nochmal ich muss ja erstmal hier raus kommen he 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 ich muss das wieder an die oberflächen zurück so kevin so he 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 Ja, bin ich voll. Ja. Nein. Nach Martin, Stefan, dein ganzes Mal. Paulus, dein Schmerz. Goal. Schleß. Bauer. Ich zieh den Regenbruch machst du da. Im Start. Alter, wie komm ich hier wieder raus? Haha. Warte, wo komm ich wieder raus? So. Der fehlt uns noch ein Weibchen. Ach, da kommt schon die U-Bahn entgegen. Aber ich glaube, es geht jetzt hier bergau, also ich müsste jetzt eigentlich gleich rauskommen. Und jetzt müsste der Lkw nur hier unten drunten nicht stecken bleiben, aber zumindest nicht mehr hochkommen im Berg. Aber der ist eigentlich gut, oder? Sieht aus gut aus. Ja, es ist das Licht am Ende des Tunnels. So, ich bin schon wieder draußen. Wir sind aber nur 2,8 Kilometer zurück. Wir wollen die Attacke, ziemlich weite Fahrt, ne? Ja, so empfehle ich es nicht. Wir fahren mal wieder zurück auf die Straße und dann passt das. Was ist das? Was ist das? Wir fahren mal wieder und wir fahren jetzt. Was ist das? 2,1 Kilometer noch 1,5 Kilometer noch Also es dauert halt noch ein bisschen Scheiß jetzt kommt doch der Scheiß Zug Scheiß Bahn Ich komme näher Ich bin gleich zu fahren Gemein gesagt was Hat wie du klingelt Dein Handy klingelt auch fast da Hörst du was? Es klingelt Geh mal ran Wenn viele flühen So Wir wollen Die schauen wir nicht da Äh Kelly hat einen anderen anders gewählt Nicht gerade anders hat der Kelly Dann muss ich mal rüber Einen Moment Niklas Niklas Was hat der denn? Ok dann hören wir uns das nächste Mal Bis dann Bis dann So Markus geht hier komplett durch Wat? Markus geht hier langsam durch In den Wartmann Ich bin wieder Das ran hier noch ein bisschen dauert Ich komme aber schon unterwegs durch Ich bin doch schon da Ich bin doch schon da Auch mal mit der LK zurück Es hieß vor allem über die Schienen Und ich bin im Unbahnschacht gelandet Und durch die Schienbahnstation gefahren Das war aber für eine andere Mission Gemein mit den Schienen Egal Ich musste erstmal die Scheiß Kopf loswerden Das habe ich dann geschafft Oh Warte was ist sie denn? Oh Zum Spielen ja Mein Handy schaut ein Licht aus Und die Verfolgungs die ganze Zeit Ja da kommst du eh nicht ran an die Decke So Bis dann